Dieses Video wurde möglich gemacht durch die freundliche Unterstützung von Miniaturicum. Hallo und herzlich willkommen bei Bier und Brezel Tabletop. Heute packe ich das Core Space Grundset aus. Ja, ein paar von euch werden sich wahrscheinlich wundern. Und Tobi, du hast doch schon mal einen Spielbericht gebracht von Core Space. Zumindest hoffe ich, dass ihr den schon gesehen habt. Wenn nicht, dann solltet ihr das jetzt gleich machen. Es ist nämlich ein richtig, richtig tolles Spiel. Die Sache ist aber, als ich diesen Spielbericht damals aufgenommen habe, habe ich dieses Spiel noch nicht besessen. Das hat der Sebastian, mit dem ich das damals gespielt habe, mitgebracht. Der hatte das auch alles bemalt und so. Und der hat es dann natürlich auch wieder mitgenommen, weil er das Spiel genauso toll findet wie ich. Und es hat sich jetzt ergeben, dass ich mit Miniaturicum, mit dem Michael, besprochen habe, was man denn mal wieder so ein bisschen vorstellen könnte. Und da kam das Gespräch auf eben Core Space. Und dann hat er sich bereit erklärt, mir dieses Grundset hier zuzuschicken, damit ich das tatsächlich auch mal selbst bei mir habe. Und deswegen, gleich vorweg, das Ganze wurde mir von Miniaturicum zugeschickt. Ich habe da nichts für bezahlt. Allerdings, meine Meinung ist natürlich wie immer meine eigene. Und ich habe mir gedacht, ich mache jetzt da, weil ich das sowieso schon längst mal wieder machen wollte, ein paar Videos zu Core Space. Und das erste ist jetzt dieses hier, in dem ich mit euch zusammen das Grundset auspacke. Und das ist, glaube ich, ganz spannend, weil da echt einiges drin ist in dieser Box. Und für die von euch, die noch nicht wissen, was Core Space ist, das ist ein Science-Fiction-Skirmish-Spiel. So ein bisschen ein Mix aus einem Dungeon-Crawler mit kompetitiven Aspekten, mit neutralen Gegnern und so weiter. Da komme ich dann alles auch noch, erkläre ich so ein bisschen, während ich das Ganze auspacke. Und das Besondere an der Sache ist, dass das Ganze von Battle Systems kommt, die bisher primär bekannt waren für ihr Pub-Gelände. Das habt ihr auch schon bei dem ein oder anderen Video bei mir gesehen, zum Beispiel bei meinen Punk-Apokalyptik-Videos. Da habe ich das postapokalyptische Gelände von denen benutzt. Und bei meinem ersten The Drowned Earth-Video habe ich das allererste Pub-Gelände, was sie produziert haben, das Science-Fiction-Gelände. Das haben die damals gekickstartert. Das habe ich da benutzt. Und mittlerweile haben sie auch schon einige andere Kickstarter gehabt, mit Fantasy-Gelände zum Beispiel. Und das Gelände von denen ist wirklich richtig, richtig top. Das ist ein bisschen tricky zum Zusammenbauen und zum Lagern und so. Aber es ist richtig, richtig toll und sieht halt richtig gut aus, weil es richtig schön bedruckt ist. Das zeige ich euch dann aber auch gleich. Ich will euch ja bloß zeigen, also wie gesagt, das ist jetzt das Grundset, was man so bekommen kann. Bei Miniaturikum kostet es gerade 89 Euro. Und drin sind ein komplettes Geländestück, beziehungsweise die komplette Platte, komplett mit Gelände, mit Klatterterrain und diesem ganzen Zeug. Es sind acht Trader-Miniaturen drin. Das sind so die Protagonisten, die man spielt, die Raumschiff-Crews, die man spielt. Dann neun Purge-Miniaturen. Die Purge, das ist die neutrale Fraktion, gegen die man dann teilweise auch noch kämpfen muss. Dann gibt es drei Zivilisten, die spielen auch eine wichtige Rolle im Spiel. Und die entsprechenden Character-Boards. Das ist auch sowas Spezielles bei dem Spiel, das zeige ich euch dann auch gleich. Dann haben wir genau Dashboards. Das, was das bedeutet, zeige ich euch alles. Würfel, hoffenweise Tokens. Und natürlich, wie gesagt, alles, was man eben an Gelände braucht für das Ganze. Ich zeige es euch auch nochmal hinten drauf, wie das aussieht. Aber wir sehen das dann auch gleich. Und wie gesagt, wenn ihr während das Ganze hier läuft auch schon gleich sehen wollt, wie das Ganze aufgebaut aussieht, dann könnt ihr euch einfach meinen Spielbericht angucken, den ich mit dem Spiel schon gemacht habe. Verlinke ich hier oben. Ihr könnt aber natürlich auch erstmal jetzt mit mir das Unboxing machen und danach den Spielbericht anschauen. Und dann habt ihr so das Komplettpaket erstmal. Ja, jetzt mache ich erstmal hier auf und erkläre euch erstmal, warum ich das Spiel überhaupt interessant finde. Weil ich bin nämlich ein großer, großer, großer Science-Fiction-Fan. Und ich bin ein besonderer Fan von bestimmten Arten von Science-Fiction. Also ich bin ein großer Star Trek-Fan. Das ist hier jetzt nicht ganz so vertreten. Aber ich bin auch ein ganz extremer Fan von Firefly. Der alten Serie gab es irgendwie, ich glaube es waren zehn Folgen oder sowas, dann wurde das Ganze abgesetzt von Joss Whedon. Gab es dann auch noch einen Film, Serenity, im Anschluss, der so ein bisschen die Handlung abgeschlossen hat. Der war auch ganz gut, aber die Serie war definitiv ganz toll und super Tragödie, dass das Ganze nicht weitergeführt wurde. Und im Prinzip ist dieses Spiel hier so ein bisschen, schlägt so in die gleiche Kerbe. Das ist so ein bisschen so Cowboys, Outlaws im Weltall, Schmuggler, so ein bisschen Star Wars Atmosphäre auch so ein bisschen. Und auch ein leichtes Cyberpunk-Element ist eben drin. Gerade dieses Grund-Set-Gelände, was hier drin ist, das man auch ersetzen kann durch anderes Gelände, das Battle Systems anbietet, ist eben das Cyberpunk-Set, das eben sehr cyberpunkiges Flair hat. Und da gibt es eben noch jede Menge anderes. Und das Ganze spielt eben immer auf Raumstationen, auf Raumschiffen, wo man dann gegeneinander kämpft und gegen die Gegner und so weiter. Ja, ich mache das jetzt hier mal auf und dann schauen wir da mal zusammen rein. Also, das Erste schon mal, ganz ehrlich, ihr müsst das doch jemandem im Kopf behalten, 89 Euro für das Grund-Set, ein ganz hervorragender Preis. Besonders, wenn man bedenkt, dass hier eine Neopren-Matte drin ist, also so eine Mauspad-Matte. Also im Prinzip das Gleiche, was ich hier auch habe. Ja, das ist kein Poster, das ist kein PVC oder irgendwie sowas, nichts irgendwie glänzt. Das ist eine richtige Spielmatte. Das finde ich schon mal richtig cool. Und die mache ich euch jetzt auch einmal hier kurz auf. Das Ganze wird auf einem 60x60-Spielfeld gespielt, was ich auch persönlich eine ziemlich coole Sache finde, weil ich mag es, wenn Spiele auf so ganz kleinen Spielfeldern sind. Ihr seht, das ist einfach so ein Science-Fiction-Untergrund. Einfach, das ist, wie gesagt, so eine Art Raumstation sollte es sein. Und das legt man da dann unter. Und das tue ich jetzt hier mal zur Seite. Weil ich mag es einfach, wenn man solche Spiele einfach direkt bei sich auf den Küchentisch stellen kann und trotzdem immer noch Platz hat für Karten und Boards und sowas. Weil man braucht ein bisschen mehr Platz bei dem Spiel mit den ganzen Extrakomponenten, die man so ein bisschen drumherum ausbreitet. Dann haben wir hier, ich bin mir nicht ganz sicher, was das hier ist. Ich schätze mal, das sind irgendwie noch Stützen für irgendwas. Aber es ist jetzt auch nicht so wichtig. Dann gucken wir mal hier. Erstmal auf der Seite haben wir einen so einen Schuber. Da sind schon einige Sachen drin. Ihr seht schon, da sind schon diese Plastikelemente. Was nämlich auch ganz interessant ist bei dem Spiel, ist, dass ziemlich viel sehr haptische Elemente mit dabei sind. Gerade wenn es darum geht, Charakterstats und sowas festzuhalten oder Schaden festzuhalten und diese ganzen Sachen. Das Spiel ist nämlich auch sehr kampagnenbasiert. Also im Prinzip geht es eigentlich darum, dass man auch über längere Zeit eine Kampagne spielt. Man kann natürlich auch so Einzelszenarios spielen. So haben wir das zum Beispiel bei meinem Spielbericht gemacht. Aber eigentlich geht es so ein bisschen darum, dass man mit so einer kleinen Crew anfängt und die so nach und nach aufbaut. Und die leveln dann auch auf, schalten neue Skills frei. Und du kriegst neue Mitglieder zu deiner Crew dazu. Du kannst zum Beispiel die Zivilisten, die du im Spiel antriffst, die da unterwegs sind und vom Spiel gesteuert werden, kannst du rekrutieren in deine Bande und dann nachher mitnehmen. Habe ich auch unter anderem gemacht in dem Spielbericht. Und relativ viel eben von dem, was man da machen kann. Ähm, hält man eben fest, indem man auch hier auf diesen Plastikboards, die es für jeden Charakter gibt, eben dann so kleine Stifte reinsetzt. Also Lebenspunkte, Erwahrungspunkte und so weiter und so weiter. Ähm, ich zeige euch das gleich mal, wenn ich das irgendwie hinkriege. Das ist nämlich, das ist haufenweise Zeugs hier drin. Echt haufenweise Zeug. Das sind noch mehr Charakterboards, genau. Genau, also hier sind nämlich diese Stifte. Ich halte es einmal hier drunter. Die benutzt man eben, um Sachen festzuhalten auf diesen Boards. Ja. Und das ist so ein Board. Da kommt dann hier, ähm, kommen dann mehrere Karten, kann man da reinlegen. Je nachdem, was das für ein Charakter ist, was das für Fähigkeiten hat und sowas. Und hier kommen dann die Stifte rein. Also hier hat man zum Beispiel Lebenspunkte, Skillpunkte und so weiter. Ich zeige das eigentlich einfach mal hier kurz, ganz kurz in Aktion. Das heißt, ihr habt hier diese Stifte und dann kommen die hier einfach rein. So. Das ist, finde ich, schon mal eine ziemlich coole Sache. Macht gerade dieses Ganze, ähm, wenn man natürlich relativ viel festhalten muss bei so einem Spiel, weil es halt eben diese Rollenspielaspekte hat, dann ist es natürlich ganz nett, wenn es auch gleich vom Spiel mitgeliefert wird. So. Hier ist auch noch gleich ein zweites Tütchen dabei. Das sind die, ähm, Clips, mit denen man nachher das Gelände zusammensteckt. Weil das Ganze ist ein Stecksystem. Die, das Gelände, die, die, die ganzen, alles, was da eigentlich drin ist an Gelände, ist aus Pappe. Das ist so richtig solide Pappe, zeige ich gleich. Und die steckt man eben zusammen mit diesen Clips. Die muss man nicht zusammenkleben. Kann man natürlich machen, wenn man das möchte. Aber eigentlich ist es so vorgesehen, dass man das Gelände modular immer wieder neu zusammenstecken kann. Das ist auch so ein bisschen so vorgesehen vom Spiel selber, weil man eben für jedes Szenario, was man spielen kann, einen Geländeaufbau schon direkt vorgegeben hat, nachdem man sich richten kann, wenn man gerne möchte. Und das zeige ich euch mal hier. Ich sage das auch gleich schon dazu. Ich habe, äh, spiele gerade mit dem Gedanken, so ein kleines, äh, Let's Bastel zu machen, wo ich vielleicht mal so ein kleineres von den, äh, Corespace-Sachen zusammenbaue. Ich habe auch noch ein paar Erweiterungen hier, die ich mir privat angeschafft habe. Und, äh, vielleicht baue ich das auch einfach mal mit euch zusammen zusammen. Könnt ihr gerne in den Kommentaren auch sagen, beziehungsweise schreiben, ob es euch jetzt interessieren würde, wie man zum Beispiel jetzt eine von diesen Erweiterungen zusammenbaut. Dann kann ich da ein bisschen erklären, weil ich, habe ich da tatsächlich schon ein paar davon gemacht. Ja, dann haben wir hier noch ein paar Würfel. Die benutzen auch wieder relativ einfache Spezialwürfel mit einfach Treffersymbolen. Und, ähm, das ist, glaube ich, äh, der, der Würfel, der für Zufallsaktionen benutzt wird. Also gerade von der KI und so. Zumindest glaube ich das. Bin ich 100% dabei. Ist schon ein bisschen her, dass ich es gespielt habe. Aber ihr seht, also relativ einfache Würfel mit Spezialsymbolen. Es waren keine normalen W6 benutzt. Hier ist noch so ein kleines Beutel schon dabei. Ich glaube, da zieht man nachher seine, äh, raus, welche Perch auftauchen während dem Spiel. Und dann haben wir hier noch so ein kleines, äh, Event-Kartendeck. Genau, das ist auch wichtig, äh, weil im Laufe des Spiels, das sieht man hier, diese Leiste, steigt im Prinzip der Bedrohungsfaktor. Und je höher dieser Bedrohungsfaktor ist, desto mehr und desto gefährlichere Perch tauchen während dem Spiel auf. Man kennt das vielleicht von so manchen, äh, so ein bisschen so Zombiespielen, sowas wie, äh, The Walking Dead All Out War oder sowas, wo auch im Laufe des Spiels die Situation immer gefährlicher wird. Und die Spieler immer mehr darauf achten müssen, dass sie vielleicht irgendwann mal abhauen sollten, anstatt ihre Missionsziele zu erfüllen. Und hier ist es genauso. Also, das, ähm, auch hier schaut euch auf jeden Fall meinen Spielbericht an zu dem Thema, da erkläre ich das auch so ein bisschen. Der ist, wie gesagt, eine Weile her, deswegen habe ich es jetzt nicht mehr im Kopf. Damals habe ich es noch ganz frisch im Kopf, wie es funktioniert. Und das kann ziemlich schnell, ziemlich eskalieren und macht tierisch Spaß, wenn plötzlich zwei Banden sich bekriegen und plötzlich tauchen irgendwelche supermächtigen Perch in der Station auf und fangen an, die Spieler auseinanderzunehmen. Und plötzlich ist nicht mehr daran zu denken, dass man gegeneinander kämpft, sondern vielleicht muss man sich mal verbünden, damit überhaupt noch jemand von diesem Schiff runterkommt und so. Also, das ist eine richtig, richtig tolle Spieldynamik, die da zustande kommt. Und da spielen eben diese Eventkarten auch eine Rolle mit, ähm, weil hier, da steht zum Beispiel auch, wie sich verschiedene Perch verhalten, wenn sie auf dem Spielfeld sind. Das ist auch immer abhängig davon, welche Art von Perch auf dem Spielfeld ist. Da gibt es unterschiedliche, äh, ein paar sind hier schon drin. Es gibt noch weitere, die man als Erweiterung kaufen kann, wenn man so ein bisschen diverser das Ganze haben will. Es gibt auch schon mittlerweile Erweiterungen, wo man dann andere Gegner hat, wie zum Beispiel den, die Galactic Core. Das ist so die Weltraumpolizei, weil die Charaktere, die man hier spielt, das sind ja Outlaws eigentlich, also, also Schmuggler und, und Händler und Piraten und sowas. Dann gucken wir doch mal, was in dieser nächsten schönen Box hier drin ist. Wir haben hier, äh, die Miniaturen drin. Was natürlich auch sehr spannend ist. Ich mach hier mal ein bisschen Flachs. Und die sind auch, die haben so einen ganz eigenen Stil, muss ich dazu sagen. Die sind relativ schlicht von, von ihrem Aussehen. Aber ich finde, die passen sich richtig toll in dieses, in dieses bisschen bodenständige, äh, bisschen dreckige Sci-Fi-Setting. Und, äh, ich zeig das euch hier jetzt mal so. Vorsichtig, damit sie nicht rausfallen. Also, das sind die Figuren, die drin sind. Die sind alle komplett aus einem Guss, also pre-assembled sozusagen, beziehungsweise nicht mal pre-assembled. Das sind im Prinzip wie so Brettspielfiguren. Also, man baut da nichts zusammen. Aber, und das ist auch ganz cool, die sehen trotzdem richtig gut aus. Das ist, ähm, wenn ich das so ein bisschen anfasse, das scheint härteres PVC zu sein. Oder hartes Plastik. Ich schätze aber eher hartes PVC. Und wir haben hier im Prinzip zwei Crews, ähm, für die, die quasi man spielen kann, die jeweils aus vier, ähm, Händlern bestehen. Die Crews gehören auch zusammen. Ich gucke auch gleich dazu, da haben jeder ein eigenes Raumschiff, ähm, wer zu welchem Raumschiff gehört. Und ihr seht hier jetzt mal die, die erste Figur. Und ich glaube, man sieht es schon ganz gut, die, der Detailgrad ist ziemlich gut. Also, für eher so ein, so ein Brettspiel-Style-Figur ist das schon, kann sich schon ganz schön sehen lassen, finde ich. Also, ich finde das, ich bin ja allgemein ein großer Fan von Pre-Assembled-Figuren, weil ich nicht so gern zusammenbaue. Also, noch ungern als, äh, bemalen. Und wenn die dann wirklich so cool daherkommen, dann habe ich noch weniger Probleme damit. Man muss natürlich, wie oft bei solchen Figuren, ein bisschen darauf achten, dass die manchmal so ein bisschen so Gussgrate haben wie hier. Ja, also, das sieht man jetzt an seinem Gesicht, an der Seite weg. Da muss man vielleicht gerade mit so einem kleinen Bastelmesser, wenn man da vorsichtig lang kratzt, das mache ich jetzt nicht, weil jetzt bin ich viel zu hebelig. Aber normalerweise kriegt man die dann ziemlich problemlos weg. Aber das muss man trotzdem natürlich gesagt haben, dass diese Figuren alle Pre-Assembled kommen. Vom Maßstab her würde ich sagen, das ist so ein solider 30-Millimeter-Maßstab. Und, wie gesagt, jeder Spieler übernimmt dann quasi die Crew von einem Handelsschiff. Und die beginnen quasi mit, mit vier Mann. Und diese, diese Handelsschiffe sind im Prinzip schon vorgefertigt. Also, man kann auch die, ähm, neue Crews dazukaufen als Erweiterung. Da gibt es so kleine Erweiterungsboxen, auch mit den Charakterkarten und sowas dabei. Das ist dann auch immer eine feste Zusammenstellung. Aber, das muss man auch sagen, man kann die auch ziemlich wild durcheinander mischen. Also, man muss die nicht in der Kombination aufstellen, wie das da, äh, gemacht ist. Sondern die haben da auch ein eigenes System, wie man dann die Crew auch durcheinander mischen kann, wenn man lieber eine andere Zusammenstellung oder vielleicht ein eigenes Raumschiff sozusagen als Ursprung haben möchte. Und ansonsten, ja, ihr seht, das ist alles, ähm, es ist nicht mega abgefahren oder so, die, das Aussehen. Sondern es ist, wie gesagt, eher so ein bisschen, ich würde es fast bodenständiges Science-Fiction nennen. Und ich muss persönlich sagen, ich finde es ganz cool. Also, ich, äh, ich bin auch ein Fan von richtig krass abgefahren, übertriebenen Settings und auch abgefahrenen Figuren mit irgendwie haufenweise mega krassen Details und, und übertriebenen Waffen und sowas. Aber in diesem Fall ist es tatsächlich eher so ein bisschen, ja, bodenständiger halt. Und das gefällt mir gerade im Sci-Fi-Bereich auch eigentlich ziemlich gut. Man sieht es hier, die sind, die sehen eher aus wie so normale Typen irgendwie, die man vielleicht so in einer Science-Fiction-Serie ja auch sehen würde. Und im Prinzip ist es auch so ein bisschen, glaube ich, die Vorlage, die die sich gewählt haben. Dass sie eher so die klassischen Science-Fiction-Serien, sowas wie eben Firefly oder Farscape oder, oder auch, keine Ahnung, im Prinzip könnte man auch so Sachen nehmen wie Stargate oder sowas. Also, was das nicht ganz so weit, weit weg ist, wie jetzt Star Trek mit diesen ganzen Gesellschafts-Utopien und sowas, sondern eher einfach, ja, so ein bisschen der wilde Westen im All. Und so sehen die dann entsprechend auch aus. Also, ich zeige die euch jetzt hier so nach und nach mal. Wir sind jetzt auch schon fast durch. Was jetzt hier nicht drin ist, was ich aber zum Beispiel ziemlich cool auch finde, es gibt so ein paar Roboter-Charaktere, die man auch spielen kann. Eine Crew hat zum Beispiel so einen richtig, richtig coolen Roboter dabei, der so ein bisschen auch sehr modern aussieht von seinem Design. Aber ihr seht also, solche Figuren, die erinnern fast so ein bisschen an so einen Han Solo auch oder sowas. Oder auch eben an einen Charakter aus Firefly. Ich bin mir sogar nicht mal sicher, ob das hier war oder ob das nur bei Wild West Exodus war, aber es gibt, glaube ich, auch so eine total Nicht-Firefly-Truppe für dieses Spiel hier. Also, es würde mich ehrlich gesagt sogar wundern, wenn es das nicht gäbe. Ist natürlich nicht offiziell lizenziert oder sowas, aber die Ähnlichkeit ist dann auf jeden Fall da. Und, äh, ja, das sind hier die Jungs dann vollends. Und wie gesagt, wenn man lieber ein bisschen abgefahrenere Crew-Mitglieder haben will, man sieht ja auch wieder so einen kleinen Gussgrat, ne, also, ist natürlich nicht perfekt. Aber in diesem Gesamtpaket habe ich da persönlich, ehrlich gesagt, gar nichts gegen einzuwenden. Ähm, dann, also, wenn man sieht, wie gesagt, ein bisschen abgefahren, ein paar mehr Aliens, ein paar mehr Roboter oder sowas drin haben will, dann kann man sich eben auch die Erweiterungen kaufen. Die sind auch nicht, die kosten jetzt auch nicht die Welt. Und hier sehen wir zum Beispiel jetzt auch mal so einen ziemlich coolen Alien. Das ist jetzt, äh, das ist blaues Plastik, äh, ein Zivilist. Die Zivilisten sind auf dem Spielfeld während den Szenarios unterwegs und können so ein bisschen, sagen wir mal, instrumentalisiert werden. Das heißt, die kannst du dem Gegner so ein bisschen in den Weg schubsen. Man kann die aber auch tatsächlich rekrutieren. Also, das ist gerade so was, wenn man so eine Kampagne spielt, ähm, kann man sich dafür entscheiden, gerade wenn man einen Charakter vielleicht mit sehr hohem Charisma hat oder so. Das gibt's nämlich eben auch. Also, man kann tatsächlich verhandeln miteinander. Äh, dann kann man diese Zivilisten in seine Bande rekrutieren, in seine Crew. Und die sind dann auch in der nächsten, äh, mit dabei. Und die kann man dann auch neu ausrüsten. Die fangen dann meistens mit null Ausrüstung an. Da muss man dann auf dem Spielfeld Ausrüstung aufsammeln. Da kommt dann so ein bisschen auch dieses Dungeon-Crawler, äh, dieser Dungeon-Crawler-Aspekt mit rein. Und, ähm, das ist eigentlich auch eine ziemlich, ziemlich spannende, ziemlich lustige Sache irgendwie, finde ich. Und, äh, apropos Charisma, man kann zum Beispiel auch, wenn man entsprechende Charaktere hat, die entsprechende Fähigkeiten und Skills haben, dann kann man zum Beispiel auch versuchen, gegnerische Crewmitglieder davon zu überzeugen, für einzuarbeiten oder so zumindest zu einem Waffenstillstand, äh, überreden und sowas. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr gering. Aber es ergeben sich schon ein paar ziemlich coole Kombinationsmöglichkeiten und Situationen. Ja, ähm, wie gesagt, also die, die Zivilisten, die sehen jetzt auch nicht arg anders aus wie der Rest. Die sind in den meisten Fällen eben noch nicht bewaffnet. Und, äh, die Waffen sind sowieso, die, die hier an den Modellen tragen, sind eher, also die repräsentieren teilweise ihre Startausrüstung, mit der sie kommen, wenn man sie standardmäßig eben aufs Spielfeld bringt. Aber man kann eben auch während dem Spiel Ausrüstung aufsammeln. Und da hat man dann entsprechend Ausrüstungskarten, die man in diese Boards hier reinmacht. Und dann, äh, ist das auch nicht unbedingt sofort what you see is what you get, sondern man orientiert sich eher an den Karten und Ausrüstung und sowas, die man hat. Wer da ein fändiger Bastler ist, kann da bestimmt auch einiges machen. Das will ich gar nicht abstreiten. Aber grundsätzlich, äh, die Figuren repräsentieren nicht zwangsläufig das, was sie bei sich tragen. Ja. Und dann haben wir hier halt noch die, die Purge. Und da gibt's eben verschiedene Arten und Klassen von Purge. Ich kann die jetzt nicht aus dem Kopf nennen, wie die heißen. Aber wir haben hier die, die normalen Drohnen oder sowas sind es. Das ist so eine, so eine Art Roboterrasse, die mehr oder weniger so nach und nach das Universum, in dem Core Space spielt, auseinandernehmen. Also die, die tauchen aus dem Nichts aus, teleportieren sich einfach auf Raumschiffe, auf Stationen und so weiter und zerstören alles und zerstören alles Leben. Also die, die vernichten alles, was irgendwie, äh, lebendig ist. Und die, die Händler müssen da quasi so ein bisschen mit umgehen. Also die haben immer noch ihre eigenen Interessen. Die wollen gerne überleben. Die wollen gerne, äh, auch reicher werden letzten Endes. Aber diese Bedrohung durch die Purge, die besteht permanent. Und je länger man sich an einem Ort aufhält, desto gefährlicher wird die Situation. Wie ich vorhin beschrieben hab, man hat vielleicht ein ganz einfaches Szenario, wo man erst mal irgendwie eine Konsole hacken muss und ein paar Informationen beziehen oder sowas. Und eine andere Bande hat das gleiche Ziel und man bekämpft sich so ein bisschen. Und im Laufe der Zeit wird's immer gefährlicher. Und immer mehr Purge erscheinen plötzlich auf der Station. Und am Anfang kommt man mit denen noch ziemlich gut klar. Die sind nicht super schwer zu besiegen, so wie der Standard-Zombie oder sowas. Aber im weiteren Verlauf kommen dann eben immer stärkere Purge. Da gibt's dann zum Beispiel, äh, diesen Kerle hier. Der ist dann mit gleich mal mit ein bisschen dickeren Waffen ausgerüstet. Der kann dann auch schießen im Vergleich zu den normalen Purge. Und dann gibt's hier diesen Assassinen, der ziemlich gefährlich ist und ziemlich schnell. Und dann gibt's hier noch im Grundset diesen Anführer hier. Ich weiß auch nicht jetzt, wie der heißt, aber ich weiß noch, dass der ziemlich, ziemlich, ziemlich gefährlich ist. Und irgendwann werden das halt immer, immer mehr. Und das Interessante bei dem Spiel ist, wenn man's so standardmäßig spielt, sind jetzt, äh, sagen wir mal, eins, zwei, drei, vier, fünf von den normalen Purge drin. Ach nee, das glaub ich's... Nee, nee, das ist auch so normaler. Fünf von den normalen, zwei von den schweren mit den Fernkampfwaffen, ein Assassine und ein Anführer. Und das ist erst mal das Limit, wie viele Purge spawnen können im Spiel. Das klingt nach nicht allzu viel, aber das kann ziemlich schnell ziemlich böse werden, wenn da mehrere auf einmal spawnen, weil die eben gar nicht so harmlos sind. Und man kann aber den Schwierigkeitsgrad erhöhen, indem man sich eben neue Erweiterungen noch dazu holt. Da gibt's dann, äh, es gibt auch Erweiterungen mit anderen Purge, mit mehr Purge, dass man dann einfach, äh, größere Horden hat zum Beispiel. Aber es gibt eben auch, äh, zum Beispiel eine Erweiterung, wo man, äh, so kleinere Krabbelkreaturen noch hat und sowas. Und wie gesagt, es gibt auch noch andere Bedrohungen, wie das Galactic Core und so. Also da ist einiges auf jeden Fall drin. Das kann man sich so ein bisschen selber customizen. Aber das Spiel ist so in sich schon geschlossen spielbar. Also das heißt nicht, dass man diese Sachen braucht, sondern das ist alles komplett optional. Das muss man auch dazu sagen. Und auch eine schöne Sache, die, äh, Purge Skypes, die hier drin sind, die sind alle individuell. Also auch wenn die jetzt alle aus einem Guss sind, die sind, haben alle unterschiedliche Posen. Das finde ich auch immer eine ziemlich coole Sache, weil es auch nicht selbstverständlich ist, gerade bei solchen Spielen, die so ein bisschen, äh, von Brettspielen auch sich inspirieren lassen. Ja, das ist erst mal jetzt, äh, zu den Figuren. Dann gucken wir jetzt mal noch kurz, äh, in den, den Rest rein. Ich muss auch immer noch die Charakterkarten finden. Und, ach, da haben wir jetzt hier, ihr seht, das ist alles relativ kompakt. So sieht das Gelände, und, also das ist das Regelbuch, aber so sieht Gelände und der Rest aus, wenn sie noch nicht zusammengebaut sind. Und ich sehe auch schon, hier sind tatsächlich die Charakterkarten und sowas dabei. Da kommen wir dann gleich noch drauf. Ähm, wir flippen noch einmal kurz durch das Regelbuch durch, aber ich habe das Regelbuch selber jetzt noch nicht so wahnsinnig angeguckt, deswegen kann ich da gar nicht so viel dazu sagen. Ähm, wie gesagt, wenn euch die Regeln interessieren, die erkläre ich euch im, äh, Corespace-Spielbericht, den ich oben irgendwo verlinkt habe und in der Videobeschreibung auch nochmal verlinkt habe. Da könnt ihr gerne reingucken. Und, aber das, das Regelbuch ist relativ dick. Das hängt aber auch damit zusammen, dass hier hinten, das seht ihr schon, ziemlich viele, also, ziemlich, ziemlich viele Szenarios drin sind. Also im Prinzip, das fängt hier an, diese Kampagne, die man da spielen kann, fängt hier an und geht hier komplett bis hinten durch. Hier ist dann noch so eine kleine Quick-Referenz drin und so. Das ist immer ein bisschen schwierig hier, das mit nur einer Hand zu machen, aber ihr seht, also es gibt jede Menge Szenarios und die legen immer direkt schon fest, wie man das Gelände aufbaut. Deswegen bietet es sich auf jeden Fall an, das Gelände nicht zusammenzukleben, sondern nur zusammenzustecken mit diesen, ähm, Clips, die da dabei sind. Und hier haben wir auch so schöne Sachen, wie, äh, zum Beispiel, welches Starting-Level man bräuchte, also quasi auch der Schwierigkeitsgrad und wie groß die Crew sein darf, die teilnehmend und wie viele Crews und diese ganzen Sachen. Und das, äh, wird dann natürlich mit den entsprechenden Erweiterungen noch, ähm, größer, das Ganze. Das heißt, da sind dann auch nochmal extra Szenarios dabei bei jeder Erweiterung. Es gibt quasi die, die Figuren-Erweiterungen, also die, also die reinen Figuren-Erweiterungen, wie zum Beispiel die, äh, verschiedenen Crew-Boxen und so Gegner-Boxen, wo eben noch mehr Gegner drin sind. Es gibt gemischte Boxen, wo so ein bisschen beides drin ist und es gibt eben vor allem so Szenario-Erweiterungen. Es gibt zum Beispiel ein, eine Get-to-the-Shuttle-Erweiterung, wo so ein Pub-Shuttle dabei ist, das man zusammenbauen kann. Das habe ich auch. Und da sind dann natürlich auch passende Szenarien dabei, wo man dann eben zum Beispiel zu diesem Shuttle kommen muss und damit flüchten und so. Oder wie man das in andere Szenarios einbaut. Und ansonsten sind die Regeln, ähm, sehr, ich würde sagen, die Grundmechaniken sind super einfach und super simpel gelernt. Das ist, ähm, ein relativ simples, äh, Aktionspunkte und, und Attacken eben mit diesem Spezialwürfeln, äh, System. Was es ein bisschen komplexer macht, sind tatsächlich die Skills, die jeder Charakter haben kann. Das zeige ich euch gleich noch auf den Charakterkarten. Jeder Charakter kann eben ein oder mehrere Skills haben, die mit Symbolen auf den Karten dargestellt sind und denen eben zusätzliche Fähigkeiten geben oder zusätzliche Verteidigungsmöglichkeiten und so weiter. Und, ähm, eben das, ansonsten ist es aber relativ geradlinig, das Ganze. Man hat seine Crew auf dem Spielfeld, man bewegt sich tatsächlich also nicht mit Feldern, sondern mit, äh, Zolldistanzen. Und man, äh, kann eben Kisten durchsuchen auf dem Spielfeld und neue Ausrüstung kriegen. Und diese Ausrüstung, die hat, kriegt dann die Form von, ähm, Karten, die man sich eben an die Charaktere legen kann. Und da kommen wir jetzt drauf zu. Jetzt mache ich hier mal noch ein bisschen mehr Platz. Und ihr habt vielleicht gesehen, ich, uh, vielleicht soll ich das einfach hier nochmal zeigen. Also, so sieht das Spielfeld nachher aus, wenn ihr es, äh, zusammengebaut habt. Also, das ist dann wie direkt wie so ein, so bei so einem Dungeon-Crawler, aber es ist alles 3D. Und es ist Scatter-Terrain dabei, es sind kleine Stühle dabei, kleine Konsolen, die man übrigens auch mega cool für andere Spiele als Objectives und sowas benutzen kann. Das mache ich mittlerweile seit Jahren mit meinen, äh, Battle-Systems-Geländeteilen. Und, ähm, so sieht das aus, äh, zusammengepackt aus. Also, da ist natürlich durch diese Papp-Geschichte ist es ziemlich platzsparend erstmal. Das bleibt natürlich nicht so. Aber, jetzt machen wir das hier mal auf. So. und wir haben jetzt hier gleich, genau, also, gehen wir das nach und nach durch. Wir haben hier erstmal eine Karte, beziehungsweise zwei Karten mit, äh, dem Heimat-Raumschiff, weil, ich habe ja gesagt, jede Crew hat ein Raumschiff, zu dem sie immer wieder zurückkehren müssen. Also, von dem aus starten sie auch. Man platziert am Anfang seine, ähm, seine Crew mit so einem kleinen, mit so einem kleinen Shuttle an irgendeiner Stelle am Spielfeld, um quasi an die Station anzudocken. Und, man muss eben auch am Ende der Mission von, über dieses Shuttle wieder das Spiel verlassen. Sonst, äh, man kann auch Leute zurücklassen, aber die sind dann halt tot. Also, die sind weg für die Kampagne. Und, äh, diese, diese Schiffe, da gibt es eben auch, äh, Vorgaben, Ideen und sowas, äh, die da eben dabei sind bei den Crews, bei den Crewboxen. Aber man kann sein Schiff natürlich auch einfach selbst benennen. Weil, man kann einfach sagen, ich, mein Schiff soll gern Enterprise heißen oder Serenity oder, keine Ahnung, ähm, White Star. Und, dann schreibt man das hier schön drauf und kann dann hier auch, ähm, hat dann hier auch mehrere Stats, die, die sich eben verändern können auch während dem Spiel, die Einfluss haben auf das Spiel, auf die Kampagne und sowas. Und man kann mit dem Schiff auch seine eigenen Leute im Spiel unterstützen. Und, also, ich, ich kann euch jetzt nicht 100 Prozent sagen, was das alles bedeutet, aber ich weiß, dass es eben eine Rolle im Spiel hat, wie das Schiff ausgerüstet ist. Und auf der Rückseite sieht man dann, ähm, das ist quasi so das Landungsshuttle, das dann angedockt wird an das Spielfeld und da stehen dann die eigenen Figuren drin und können dann das Spielfeld betreten. Und das sind eben die zwei Schiffe, die da standardmäßig dabei sind, weil eben zwei Crews drin sind. Und dann haben wir hier den nächsten Bogen. Das sind hier, äh, mehrere Tokens. Das sind so Suchtokens. Das sind einfach Stellen, die man durchsuchen kann auf dem Spielfeld und, äh, eben verschiedene Effekte. Dann haben wir hier zum Beispiel mal so eine Charakterkarte. Da sieht man, ähm, die kann man auch markieren. Also, da kann man, die sind auch so beschichtet. Da kann man auch mit einem Folienstift draufschreiben, also mit einem Non-Permanent Marker, weil man hier teilweise auch, wenn man im Level aufsteigt, eben die, die Punkte ausmalen kann, damit eben man sieht, dass dieser Charakter im Level aufsteigt. Und hier kann man zum Beispiel, das ist so ein Slot, den trenne ich jetzt nicht raus, weil sonst finde ich das nachher alles nicht mehr. Ähm, das ist auch zum Beispiel so ein Slot, den man rausmachen kann. Da kann man dann zum Beispiel eine Rüstung reinsetzen, weil man zum Beispiel auch Rüstungen findet. Und da kann man dann eben ein entsprechend großes, äh, Ausrüstungsstück oder eine Rüstung oder sowas einfach reinsetzen. Ja, und die Karten haben wir jetzt hier für die ganzen Charaktere. Das ist jetzt, ähm, gerade, das sind jetzt hier die, die Zivilisten, also der Echt, Triun, die, äh, Hadri, Hadri, Hauri, und, äh, der Butler. Den Butler, den kenne ich noch aus meinem Spiel, das weiß ich noch. Den habe ich rekrutiert, glaube ich. Und das sind eben die, die Zivilisten, die dabei sind. Dann haben wir hier, das mache ich jetzt mal raus, diese, ähm, Gefahrenliste. Ja. Das sind diese verschiedenen Phasen, die man durchlaufen kann. Und das Ganze wird dann einfach hier, ich hoffe mal, ich mache das jetzt richtig rum, hier reingesetzt. Und dann hat man hier diese wunderschöne Liste, wo dann ein kleiner Stift nach und nach nach oben wandert und eben anzeigt, in welcher Zone man gerade drin ist. Und übrigens, diese, diese Zone, die wandert nicht nur automatisch am Ende einer Runde weiter, sondern auch durch Kämpfen zum Beispiel. Also gerade, wenn man beim Würfeln ein bisschen, sagen wir mal, blöd würfelt, dann, äh, steigt hier auch der Gefahrenmeter. Das heißt, auch hier muss man sich oft mal überlegen, lohnt es sich jetzt hier ein riesen Feuergefecht aufzumachen, wenn dadurch potenziell mehr oder gefährlichere Perches spawnen. Ja. Äh, genau. Ich hoffe übrigens, dass ich kein Quatsch erzähle, weil vieles davon habe ich jetzt noch so grob in Erinnerung von meinem Spiel damals, aber es kann natürlich auch sein, dass das eine oder andere nicht ganz stimmt. Ja. Dann haben wir hier noch so ein Kärtchen, wo dann die, ähm, Stats von den Perch nochmal draufstehen. Und da steht jetzt übrigens auch, wie die heißen, der eine ist ein Harvester, der Dicke ist ein Devastator, dann gibt's den Assassin, einen habe ich richtig gehabt, haha, und den Live One. Ja, das ist der ganz böse, der ganz große. Ich finde übrigens diesen sehr bunten, sehr comic-haften Stil ziemlich cool. Also, die, so sehen die ganzen Karten aus und ich finde das ziemlich, ziemlich schön gemacht. Und allgemein schön gemacht, ne? Ich finde diese, ich sehe, oh, oh ja, mhm, die können übrigens auch nochmal charged werden, dann werden sie auch nochmal stärker, sehe ich gerade auf der anderen Seite. Ähm, aber die Komponenten sind übrigens genauso wie das Gelände auch super Qualität. also das ist alles ganz dicke und ganz stabile Pappe, ja, also ich werde es jetzt nicht durchbrechen, aber es wäre auch schwierig. Und wie gesagt, hier ist es beschichtet auch das Ganze, das heißt, da, das seht man auch hier, das reflektiert ja auch so ein bisschen meine Lichter an der Decke. und das ist natürlich, das macht das relativ resistent gegen Schäden, was ja oft so ein bisschen ein Problem auch sein kann bei Papp-Sachen, dass die vielleicht so ein bisschen ausfransen oder eben relativ schnell irgendwelche kleinen Schäden aufweisen und so. Ja, dann haben wir hier einen Bogen mit dem Messstab, der natürlich auch dabei ist, plus ein Stab für die Shooting Range. Und hier haben wir dann jede Menge Token für unterschiedlichste Ausrüstung. Und auch hier finde ich sehr, sehr schön gemacht. Ich bin ja eigentlich immer so ein, also ich mag what you see is what you get an Figuren. Ich mag es, wenn man die Waffen sieht, aber wenn man es eben nicht sieht, also wenn man das eher über Karten oder Tokens oder sowas darstellen will, dann möchte ich zumindest cooles Artwork haben für die Waffen. Und das hat man hier definitiv. Also hier haben wir die ganzen verschiedenen Waffen, die man mitnehmen kann. Die sehen natürlich super cool Sci-Fi mäßig aus. Es gibt natürlich auch ein paar coole Nahkampfwaffen. Da stehen dann auch immer die Stats dabei. Ich sage euch jetzt einfach nicht, was die bedeuten, weil ich weiß nicht, was die bedeuten mehr. Aber ich glaube, das ist die Anzahl der Würfel, die geworfen wird auf verschiedene Distanzen hier bei den Fernkampfwaffen. Also arg viel mehr ist das gar nicht. Dann haben wir natürlich auch noch andere Ausrüstungen. Dann haben wir hier noch ein bisschen abgefahrenere Ausrüstungen. Wir haben hier zum Beispiel die Rüstung, die man Charakteren anlegen kann. Und wir haben hier verschiedene Support-Items und solche Geschichten. Also das ist alles relativ selbsterklärend. Und genau eine Sache, die mir jetzt auch nochmal auffällt, ihr braucht für eure Schusswaffen Munition. Und die findet man eben auch im Spiel. Man beginnt oft sein Spiel mit einer Anzahl Munition in seiner Waffe. Und dann, wenn man die leer geballert hat, dann muss man neue Munition finden. Die ist meistens relativ, ich glaube, es gibt verschiedene Arten von Munition, glaube ich. Ich glaube, es ist alles die gleiche Munition, aber es gibt unterschiedlich große Clips. Manche sind zufällig und manche sind eben feste Anzahl an Schüssen. Und dann muss man seine Waffe nachladen zum Beispiel. Manche Waffen haben mehr Schüsse, manche haben weniger Schüsse. Und wenn man zum Beispiel Waffen findet im Spiel, dann kann das sein, dass die Munition haben. Es kann aber auch sein, dass sie nicht geladen sind. Und gerade wenn man zum Beispiel einen Zivilisten rekrutiert, dann muss man dem auch eine Ausrüstung finden erst mal, weil die meistens keine eigene Waffen haben. Und dann braucht er auch noch Munition für seine Waffe oder man gibt ihm eine von den eigenen Waffen, die man vielleicht übrig hält, die man noch bei sich trägt oder so. Also das sind alles so sehr rollenspielige Elemente, die ich aber persönlich ziemlich cool finde, besonders wenn man sie in dieses eher kompetitive Setting reinsetzt, das das Spiel einfach hat. Weil man spielt schon primär gegeneinander. Man spielt nicht nur miteinander, sondern das Wechseln auch so ein bisschen. Je nachdem, wie gut es gerade läuft oder wie katastrophal es gerade läuft. Ja, und dann haben wir hier natürlich die ganzen Charaktere. Die haben jeweils, ihr seht das jetzt hier. Ich mache jetzt das mal bei einer raus. Haben wir hier zum Beispiel die Ariana-Charakter. Dann haben wir hier verschiedene Skills, die die hat. Und hier haben wir dann ihre Startausrüstung quasi. Also das kann man variieren. Das kann man sich selber zusammenstellen. Den kann man dann auch andere Sachen geben. Aber so funktioniert das erst mal. Und dann legt man die hier einfach rein. Dann hat man hier, das ist quasi ihre Klasse, die bestimmt, welche Fähigkeiten die hat. Und dann legt man die hier rein. Es gibt natürlich auch andere Klassen. Nee, hier rein legt man die so. Und kann die dann eben machen. Hier unten kann man dann entsprechend Munition festhalten. Das sind glaube ich, ich glaube das sind Skill-Punkte. Also quasi die braucht man, um diese Sachen hier zu benutzen. Kann aber auch was anderes sein. Kann auch Erfahrungspunkte sein. Also legt mich nicht drauf fest. Und hier sind Lebenspunkte. Und dann hat man hier eben die Ausrüstung. Und die kann man hier reinlegen. Und auch wieder eine schöne Sache, wenn diese Leiste hier voll ist, dann hat der Charakter sein Trage-Limit erreicht. Das heißt, vier Items gehen, mehr geht nicht. Und hier kann man noch eine Rüstung reinmachen. Es ist auch, also, es ist finde ich schon sehr, sehr elegant gelöst. Und sehr, sehr hochwertig gelöst letzten Endes. Dass man hier zum Beispiel dieses Feld hat. Wenn da nichts drin ist, dann hat sie einen Bewegungswert mehr. Wenn man aber jetzt hier einen Ausrüstungsteil reinmacht, dann wird sie langsamer, aber vielleicht besser geschützt. Das heißt, es wird sogar dargestellt, dass man durch Rüstung eventuell ein bisschen langsamer wird. Zumindest manche Charaktere. Andere, die ein bisschen stärker sind, sind dann nicht so betroffen davon. Und der Effekt ist auch bei unterschiedlichen Charakteren unterschiedlich. Also, ich sehe hier, dass zum Beispiel manche mehr Wahrnehmung haben, wenn sie keine Rüstung tragen oder vielleicht ein bisschen stärker zuhauen und so weiter und so weiter. Ja, und hier sieht man dann noch, da hat man quasi, da kann man aufleveln. Das sind dann wahrscheinlich die Erfahrungspunkte. Und hier kann man dann entsprechend Punkte setzen, wenn der Charakter eben im Laufe des Spiels mehr Lebenspunkte am Anfang einer Runde, am Anfang vom Spiel bekommt. Also, das ist hier alles schon sehr, sehr gut durchdacht. Und auch eine coole Sache, jeder Charakter hat auch noch eine Zivilistenseite. Das heißt, man kann die Charaktere auch einfach als Zivilisten aufs Spielfeld stellen und dann rekrutieren. Zum Beispiel, wenn man mit anderen Banden unterwegs ist, mit einer anderen Crew, und vielleicht den Charakter im Laufe der Kampagne in seine Crew rein rekrutieren will, dann nimmt man die halt einfach als Teil von einem Szenario als Zivilist. Auch das ist möglich. Also, das Spiel beschenkt einen echt reichlich mit richtig vielen coolen Möglichkeiten. Muss ich ganz ehrlich sagen. Und ja, da gucken wir jetzt nicht alle Charaktere an, aber ihr seht, es gibt für jeden Charakter einen festen Charakterbogen. Ich habe auch schon gesehen, es gibt auch mittlerweile, glaube ich, Vorlagen in verschiedenen Communities, wo man sich auch seine eigenen Charaktere basteln kann. Also, gerade auf Facebook gibt es eine sehr aktive Community, die sich quasi ihre eigenen Science-Fiction-Charaktere basteln, basierend auf diesem Skills-System, weil es eben sehr, sehr viele Möglichkeiten bietet. Und dann haben wir hier jetzt noch fast schon den zweiten Star von dem Ganzen, und zwar das Gelände. Und das ist, wie ihr seht hier, komplett auch Pappe. Und ihr seht hier, diese ganzen Elemente, die sind immer in diesen dicken Pappdingern drin. Die lassen sich auch, das weiß ich vom selber bauen, lassen die sich super easy raustrennen, ohne Probleme. Wer es noch ein bisschen genauer haben will, der kann auch mal mit einem Messerchen vielleicht einmal noch drankratzen an den verschiedenen Stellen, wo das eben hier befestigt war. Aber ihr seht schon jetzt, das ist eigentlich minimal, was da an, sorry, was da an Resten übrig bleibt. Aber da kann man gerne so genau vorgehen, wie man gerne möchte. Und wir haben hier eben verschiedene Bodenplatten und wie gesagt, so Scatter-Terrain, Kisten, die man durchsuchen kann, die auch so konstruiert sind, dass man da so kleinen Deckel abnehmen kann. Und diese Ausrüstungstokens, die ich gerade euch gezeigt habe, die kann man dann da reinlegen und dann kann man quasi die Kiste aufmachen und ausschütten und gucken, ah, was ist denn da drin? Und dann kann man da was rausnehmen. Also, versteht vielleicht, was ich meine, das Spiel ist sehr, sehr haptisch. Und alles, was ihr machen könnt im Spiel, da muss man nicht großartig schreiben oder sowas oder auf Tabellen gucken, sondern es ist sehr, sehr stark eben visuell und haptisch ausgerichtet, was es, glaube ich, auch relativ einsteigerfreundlich macht, gerade für Leute, die so ein bisschen aus dem Brettspielbereich kommen. Da habe ich ja gerade erst ein Video dazu gemacht und ich würde da dieses Spiel auch eigentlich ganz gut dazuzählen, weil es halt auch einfach einen enorm guten und bequemen Einstieg bietet. Und gerade so dieses Basteln von diesem Gelände ist echt auch ganz lustig. Das hat so ein bisschen was Lego-mäßiges. Und ich zeige euch jetzt einfach mal nochmal ein größeres Element. Hier habt ihr dann zum Beispiel die Wände. Da trenne ich jetzt mal eine raus. Und wie gesagt, also das geht echt ziemlich problemlos. Ich habe, es geht sogar so problemlos, dass ich gleich mal zwei Bögen auf einmal rausgelöst habe. Und diese Wände, die werden dann eben mit diesen Stecksystemen werden die zusammengesteckt. Das heißt, die kommen hier rein. Da gibt es dann verschiedene Richtungen, die man platzieren kann. Und man kann dann auch hier oben Sachen drauf machen. Da kann man dann teilweise so Schilder reinhängen, die einfach nur Dekoration sind letzten Endes. Und man hat wie zum Beispiel bei dieser Wand hier noch die Möglichkeit, dass man hier dieses Fenster hat oder diese Tür, das man raustrennen kann. Aber, weil das Ganze relativ stabil ist, kann man das auch einfach wieder reinmachen. Das heißt, wenn man zum Beispiel Türen öffnen und schließen will, was tatsächlich auch relevant ist bei dem Spiel, weil die Perch nämlich teilweise Türen öffnen können und teilweise nicht, dann könnt ihr das hier auch im Spiel darstellen. Also da könnt ihr dann auch, wenn ihr das gerne möchtet, ihr könnt das natürlich auch mit Tokens markieren oder sowas, wenn das euch zu fitzelig ist. Aber ihr könnt diese Türen auch immer rein und raus machen. Das ist, so funktioniert das komplette Battle-Systems-Gelände und ich bin da ein Riesenfan davon, weil ihr seht vielleicht auch hier, der Detailgrad ist einfach absolute Spitze. Also das ist das, was natürlich Pappgelände extrem gut kann. Das ist komplett bedruckt. Das so in der Form anzumalen wäre möglich, aber natürlich enorm anspruchsvoll und ich persönlich würde das nicht hinkriegen. Und das Gelände sieht nachher auf dem Tisch einfach ganz, ganz großartig aus. Also das sieht wirklich richtig, richtig toll aus. Und wie gesagt, ich kann euch nur wieder sagen, guckt meinen Spielbericht an. Da seht ihr das richtig schön mal von nah dran und könnt euch einfach auch ein bisschen einen Eindruck machen, wie das Ganze in Aktion aussieht und es sieht wunderschön aus, wirklich. Und es sind halt auch wirklich so richtig tolle kleine Details dabei, wie zum Beispiel dieses Werbeschildchen hier, das man halt einfach irgendwo hinhängen kann. Also das sind so diese kleinen Sachen, die das Spielfeld auch einfach lebendig machen und lebendiger als so manches, was man sonst so kennt, wenn man vielleicht nicht so der Geländebauer ist. Ich weiß, es gibt Leute, die machen absolut krasse, richtig coole Spielplatten, die richtig lebendig aussehen und ich bin definitiv nicht so ein Typ, weil ich hab da nicht die Zeit dafür und nicht die Muße dafür und auch nicht so richtig das handwerkliche Geschick. Und bei mir stehen dann meistens dann doch eher so ein paar Gebäude auf dem Tisch und vielleicht ein bisschen Klatterterrain, damit ich ein bisschen mehr Deckung hab und das war's dann. Aber bei den Corespace-Sachen und allgemein bei den Battle-Systems-Sachen, da sieht das Spielfeld dann halt einfach runder aus. Irgendwie da hat man halt einfach so ein komplett vollgestelltes Spielfeld, das einfach, ja, rund und komplett und lebendig aussieht. Und ich bin ein großer, großer Fan davon. Und, ähm, genau. Das ist quasi das, was ich noch dazu sagen wollte. Wie gesagt, ich zeig euch das jetzt nicht alles im Detail. Ich wollte euch bloß mal zeigen, wie das aussieht, wenn das aus der Box kommt und im Prinzip kann man das dann nachher einfach so zusammenstecken. Und das ist auch ein super cooles Projekt übrigens, wo man sich dann auch mal mit den Kiddies hinsetzen kann oder vielleicht mit der Freundin oder der Frau oder dem Freund, äh, die so ein bisschen bastelaffin sind, weil es wirklich so ein bisschen was von Lego hat. Und deswegen wollte ich das euch auch anbieten. Ich muss das nicht machen, aber wie gesagt, ich hab auch hier, ähm, noch ein paar Erweiterungen rumliegen, unter anderem zum Beispiel das Shuttle. Und ich werde im Kommentarbereich einfach, äh, einen Kommentar platzieren, wo ich reinschreibe, hey Leute, wenn ihr gerne sehen wollt, wie ich was zusammenbaue, was soll ich denn zusammenbauen? Und dann liste ich einfach das auf, was ich hab. Und da könnt ihr dann einfach abstimmen, drunter schreiben, ob ihr das überhaupt sehen wollt. Vielleicht wollte ich es auch nicht sehen, wenn sich nicht genug Leute melden. Dann lass ich es einfach, dann baue ich es einfach so zusammen und zeige es einfach nur in einem Spiel. Aber ich hätte eigentlich auch ganz gut Lust drauf, mal so ein bisschen so ein Let's Bastel mit euch zusammen zu machen. Genau, das Spiel ist momentan komplett nur auf Englisch verfügbar. Es ist auch, soweit ich weiß, keine deutsche Übersetzung geplant. Es gibt allerdings, ich glaube, es ist bei BoardGameGeek, da werde ich euch den Link mal nochmal raussuchen, es gibt so eine Art Fan-Übersetzung von dem Ganzen, die aber eher so ein bisschen so eine Regelzusammenfassung für Leute ist, die eigentlich das Spiel schon kennen einigermaßen. Also das Spiel da damit zu lernen, ist wahrscheinlich schwierig. Aber was ihr natürlich versuchen könnt, wenn ihr so ein bisschen Englisch könnt, ist, dass ihr zumindest, ihr könnt theoretisch mein Video angucken, meinen Spielbericht, da erkläre ich so ein bisschen von den Regeln. Ihr könnt euch diese Referenz angucken auf Deutsch und gucken, ob euch das schon reicht, um so ein bisschen ein Verständnis dafür zu kriegen, wie die Regeln funktionieren. Weil wenn ihr die Grundmechaniken drin habt, dann kriegt ihr den Rest auch hin. Also nur das für euch, falls ihr euch das fragt und jetzt enttäuscht seid, weil es das Ganze nie auf Englisch gibt, die Möglichkeit kann man fahren. Ich weiß, das ist nicht für jeden eine Lösung, aber ich wollte es nur noch mal erwähnt haben. So, das war es jetzt von mir. Hier herrscht wieder riesengroßes Chaos, wie nach jedem Unboxing und es hat wieder viel zu lange gedauert, wenn ich eben auf meine Uhr gucke. Aber ich hoffe, ihr habt trotzdem Spaß daran gehabt. Vielen, vielen Dank nochmal einem Michael von Miniaturikum, dass er mir das Ganze zur Verfügung gestellt hat. Das hat mich sehr gefreut, weil es wirklich ein Spiel ist, das ich wirklich empfehlen kann. Das ist ein wahnsinnig spaßiges Spiel, gerade wenn man eher so ein bisschen auch storylastige Spiele spielen will und nicht ganz kompetitiv spielen will, dann ist es was ganz Tolles, mit dem man Zeit verbringen kann. Man kann das Spiel auch Solo spielen, ganz wichtig, weil es hat ja diese künstliche Intelligenzregeln für die Purge. Das heißt, man kann auch ein Spiel einfach gegen die Purge oder gegen die Galactic Corp zum Beispiel spielen. Das ist auch möglich. Ich habe das noch nicht ausprobiert, werde ich allerdings demnächst, sobald ich jetzt die Figuren angemalt habe und ein bisschen Gelände zusammengebaut habe, werde ich gucken, dass ich da dann tatsächlich mal vielleicht einen Solo-Spielbericht auch von Corespace für euch bringe. Aber ansonsten, wenn euch das Spiel interessiert, Miniaturikum hat gerade eine ziemlich große Lieferung gekriegt. Die haben da gerade alles Mögliche da, inklusive einigem an den Erweiterungen. Und es ist auch eine neue Erweiterung gerade angekündigt, beziehungsweise ein Erweiterungsbuch. Da habe ich jetzt noch nicht reingucken können. Das werde ich dann aber eventuell, sobald ich die Finger drauf kriege. Und ja, schaut auf jeden Fall da vorbei. Das würde mich sehr freuen, weil dann sieht der Michael, dass es auf jeden Fall was bringt, dass er mir hier die Sachen kostenfrei zur Verfügung stellt, weil das muss er natürlich auch erstmal wieder reinkriegen, was er hier dann für mich quasi gesponsert hat. Ja. So, das war es jetzt von mir. Vielen Dank fürs Reinschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir gerne einen Daumen hoch und abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und sagt weiter, dass es den Kanal gibt. Das hilft mir wie immer am meisten. Ich wünsche euch erstmal noch eine schöne Woche. Wir sehen uns am Freitag mit meinem Blackstone Fortress Spielbericht. Und da gibt es dann auch, sage ich auch schon jetzt, eine kleine, ganz exklusive Verlosung von mir. Und ja, wir sehen uns hoffentlich dann und ansonsten dann irgendwann. Bye bye und bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020